Untertitelung des ZDF, 2020 Wir tun die armen Tommys in den Gräben beinahe leid, wie sie versuchen, das alles zu verstehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier, erste Hilfe! Für dich, Kamerad! Erste Hilfe! Danke! Wir haben objektive Beine genommen. Erste Hilfe, greif zu! Wir verlieren objektive Butter. Du bist verletzt! Ich kann dir helfen! Hier, Erste Hilfe! Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Erste Hilfe! Ich hoffe, das Zeug nützt was! Hier! Erste Hilfe für dich! Wir haben objektive Butter verloren. Fertig! Butter ist raus! Damit kommst du auf die Beine! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Nimm schon! Hier! Erste Hilfe! Wir haben objektive Apples genommen. Hier! Erste Hilfe für dich! Wir haben den Sektor genommen. Wir behaken uns. stop! ra! Ja? Hier, erste Hälfte! Erste Hälfte, nimm schon! Erste Hälfte! 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 Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann. We are losing objective butter. Versorg deine Wunden! We have taken objective Charlie. Kampner, Kampner! Half of our forces remain. We have lost objective Charlie. We have taken objective butter. Kampner, Kampner! Kampner, Kampner! Kampner, Kampner! Kampner, Kampner! We are losing objective butter. Du bist verletzt. Ich seh mir das an. Hier, man. Erste Hilfe. Janak ist raus! Auspassen! Du bist verletzt. We have taken the Sektor. Clear the Sektor from enemy presence. We have secured the Sektor. We have secured the Sektor. For you, my friend. Help me. Someone needs help. I have to be found. Erste Hilfe, greif zu! Erste Hilfe! Ich hoffe, das Zeug nützt was. Bist du verletzt? Erste Hilfe! Der letzte Objektiv ist in unsere Richtung. Herzlichen Dank. Damit kommst du auf die Beine. Ich zieh mir die Wunder an. Hier, erste Hilfe. Fifty of our soldiers remain. Wo? Wunder er? Wo? Wo? Wunder er Made. Wunder der Welt! Wunder deinen Siem! Wunder ein Siem... Wunder ein Siem... Wunder! Wunder etwas! Wunder's! Wir haben objektive Apples genommen. Los, los! Feindsoldaten entgegen! Twenty of our soldiers remain. Fine workmen, with the iron fist of the great Kaiser we have smashed their defences. Now onwards, let us march to Amiens and bring an end to this war. The initial attacks in the Kaiserschlacht campaign successfully broke through the British lines, forcing its armies back towards the city of Amiens. This vital railway junction connecting all Allied troops across France was Germany's true objective. And now, let us pray to the king of Amiens. Sieges einen Tag schulfrei gegeben. Ich weiß, meine Neffen hätten lieber etwas zu essen. Wir sind hier auf verlassene Lager der Briten gestoßen, die von Vorräten überquellen. Wir essen unsere Kriegsbeute buchstäblich auf. Es gibt Brot, Eier und Bier. Sobald wir Amir genommen haben, versuche ich euch etwas zu schicken. Untertitelung des ZDF, 2020 Amir ist wichtig für unsere Pläne. Ludendorff's orders are simple. We must secure Point Labyrinth, situated in these ruins. We then advance through this bridge, Polnirf. Capture and secure it. After that, we move into the city and attack the enemy at Blas Langevin. Once this position is controlled, Amir will be ours. oder amir will be ours. Soll ich deine Welten versorgen? Wir haben die Objektive Apples genommen. Die Flametrooper sind bereit. Ich versorg deine Wunden! Hier, er ist der Hilfe! Wir verlieren die Objektive Apples. Ich helfe dir! Wir verlieren die Objektive Apples. Wir verlieren die Objektive Apples. Deine Kopf, sie auf die Beine! Feuerhauber! Maschinengewehr, eindeutig feindlich! Wir verlieren die Objektive Apples. 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 Feuerhauber! Für dich Kamerad! Erste Hilfe! Du bist verletzt. Ich seh mir das an. Hier, erste Hilfe. We have taken Objective Butter. We are DeSector from enemy presence. We have to go! Das Ziel wird erobern. 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 und das Ziel wird erobern. Das Ziel wird erobern. Untertitelung. BR 2018 40 andere Soldaten sind weg. Das braucht man nicht schon! Ich brauche Munition schnell! Erste Hilfe! Ich hoffe das Zeug nutzt was. Erd Munition! Wir haben den Sektor genommen. Feier den Sektor von der Feindlichkeit. Hat jemand Munition übrig? Wir haben den Sektor geschlossen. Ich krieg dich wieder hin! Komplett. Überraschung! Unbewusstsein! Wurde! Wurde! Es braucht jemand erste Hilfe! Ja! Ja! Ich stehe, helfe, nehmt schon! Er ist der Helfer, greif zu, Mann! Wir haben Objective-Charlie genommen. Das Ziel darf nicht fallen. Wir haben Objective-Apples genommen. 50 von unseren Soldaten bleiben. Wir haben Objective-Apples. Wir haben Objective-Apples. Wir haben Objective-Apples verloren. Wir müssen das Ziel erobern! Wir haben Objective-Apples. Wir müssen die Sektor aus. 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 Die Sektorin ist in der Lage. Die Sektorin ist in der Lage. 50 von unseren Soldaten bleiben. Wir müssen die Sektorin geben. 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 Wir müssen die Sektorin finden. Was ist das? Was ist das? 20 of our soldiers remain 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 11 12 13 15 14 14 15 15 15 15 15 15 16 Ich habe keine Munition mehr. Brave Soldiers, the British Army is beaten and the German Eagle is soaring over Europe. The Allies will surely now beg for peace, with our great leaders dictating all conditions. With Germany now controlling the vital railway hub of Amiens, the Allied armies in France would have been divided. And if Paris were to fall, the surrender of France would likely follow. In this situation, Britain would have no choice but to seek a truce while they planned their new strategy. This speculative situation would surely impact the outcome of the war. Bring the UNTERTITELUNG 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 des ZDF, 2020